Contago Terminal Neuss. Durch die Verknüpfung der drei Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasser garantiert Contago Neuss ein integriertes Transportkonzept. Die hohe Umschlagfrequenz schafft die Basis für schnelle, effiziente und verlässliche Containertransporte. Das Contago Terminal in Neuss mit seiner hochmodernen Umschlagtechnologie, verbunden mit innovativer Prozesssteuerung, stellt einen effizienten Containerumschlag mit minimalen Abfertigungszeiten sicher. Der terminalinterne Workflow ist eng verzahnt mit den geplanten Bewegungsdaten der Container. Durch vorherige Bekanntgabe von Ein- und Ausgängen können Prozesse besonders effizient gesteuert werden. Das spart Zeit und Kosten. Jeder Disponent hat die Option, einen LKW im Vorfeld in der Contago Software Star anzumelden. Hierbei wird das Fahrzeugkennzeichen und die Containernummern des Abgabe- oder Abholauftrags sowie die geplante Ankunftszeit angegeben. Bei der späteren Terminalabfertigung wird entsprechend nach angemeldeten und nicht angemeldeten LKW unterschieden. Die Voranmeldung via Star ermöglicht eine zügige Abfertigung. Eventuelle Unstimmigkeiten in den Referenzen werden vorab erkannt. Im Idealfall hat der Disponent der Spedition die Anmeldung bereits durchgeführt. Falls nicht, meldet sich der Fahrer mit der Star-App bereits vor Ankunft am Contago Terminal an. Um zum Drive-By-Kiosk zu gelangen, fährt er zunächst geleitet durch eine Ampelschaltung durch das OCR-Gate zur Erfassung der Fahrzeugkennzeichen und der Containernummer. Anschließend wird der Fahrer mittels Rot-Grün-Spurweisung zu einem freien Drive-By-Kiosk geleitet. Dort wird via Bildschirmabfrage der vorangemeldete Abgabe- und Aufnahmeantrag des LKW ermittelt und mit dem OCR-Read gesammelten Daten und gegebenenfalls vorliegenden Anmeldedaten und einer individuellen Fahrerkarte mit Barcode kombiniert. Der Fahrer erhält hier einen Bong mit der Fahranweisung über die Haltepunkte im Terminal und einem Barcode, der zur Zufahrt ins Terminal berechtigt. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn das Fahrzeug vollständig in Star oder via Star-App angemeldet wurde und der Fahrer bereits in Besitz einer gültigen Fahrerkarte ist. Ohne Voranmeldung oder Fahrerkarte wird der Fahrer aufgefordert, den Parkplatz anzufahren und sich am Walk-By-Kiosk im Gate-Pavillon anzumelden. Bei den Mitarbeitern im Gate-Pavillon kann er sich eine individuelle Fahrerkarte anfertigen lassen. Nach erfolgreicher Anmeldung erhält er den Bong mit Zugangsberechtigung und Fahranweisung. Falls ein leerer Container zur Abgabe ins Depot gebracht wird, erfolgt unabhängig von seiner Voranmeldung die Anweisung, den Parkplatz anzufahren. Hier wird der Leerkontainer geprüft. Gleiches gilt für Gefahrgutcontainer. An einem der Gates besteht die Option, Zolldokumente abzugeben bzw. abzuholen. Das Gate zur Abholung der Dokumente ist mit einem Hinweisschild kenntlich gemacht. An der Schranke zum Terminal wird der LKW per Kennzeichenerkennung erkannt. Alternativ kann der Fahrer auch den Zugangsbarcode auf dem Bong benutzen. Nach erfolgreicher Zugangsprüfung wird die Zufahrt zum Terminal freigegeben. Die intelligente Prozesssteuerung am gesamten Contago Terminal ermöglicht den beschleunigten Containerumschlag und damit kurze Terminaldurchlaufzeiten. Die Umschlagleistung und Produktivität halten Schritt mit dem rasanten Tempo der Warenströme. Auf dem Terminal fährt der LKW die Haltepunkte in vorgegebener Reihenfolge an. Nach erfolgtem Umschlag passiert er an der Ausfahrt erneut ein OCR-Gate und einen Drive-By-Kiosk. Hier wird die Kombination von LKW und Container auf ihre Richtigkeit geprüft. Sind alle Auftragsdaten korrekt, erhält der Fahrer ein Interchange als Dokument über die Containerbewegungen und die Schranke gibt die Ausfahrt frei. Sollten noch Unstimmigkeiten vorliegen, kann per Gegensprechanlage Kontakt zu einem Mitarbeiter im Gate-Pavillon aufgenommen werden. Das Team von Contago Neuss organisiert trimodale Transportketten für alle gängigen Containergrößen. Die zentrale Lage in Europa, der Zugang zum Rhein und die schnelle Verbindung zu den West- und Nordhäfen kennzeichnen Neuss als einen hervorragenden Logistikstandort. Contago Terminal Neuss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.